So halb durch jetzt kommt der zweite teil. Boah das waren jetzt 20 minuten für zwei Bosse. Normal hast du da in der zeit zwei Indies geschafft. Naja gut eine. Ist ganz schön in länger gegangen jetzt. Bin gespannt auf Karazhan. Wird ja auch eine. Neun Bosse oder so? Ja das wird ja einer der fünf Mann Raidlinies. Das ist super. Treffen wir uns wieder einmal die Woche zum Karazhan. Aber bitte mit Karazane. Wär schon cool wenn die zumindest auch so das Schachspiel oder das Theaterstück auch noch mit einbauen. Ja vor allem das Theaterstück das fand ich super. Dann müsste er aber diesmal sagen. Laufschlampe. Lauf. Wer würde denn sowas sagen? Niemand. Sind doch alle nett und so. Mein Gott ihr hättet doch was sagen können dass ihr mich nicht hört. Ach scheiße. Ich bin ganz am Rieb. Nee. Die dachten schon du bist irgendwie äh was am Essen oder so. Nee ich hatte das Mikro noch auf Stumm geschaltet und ich denke mir hört ihr mich nicht. Ich hab doch gesagt warum redet der Kevin nicht mehr. Accidentally in den Kevin gepullt ey. Nee weil ich hab vorhin gesagt weil Karazhan wird die Katakomben sein. Die werden da jetzt gezeigt. Ah ok. Ist das dann die komplette oder nur der Teil? Ja die ganze Katakomben und vielleicht sogar noch was vom Schloss selbst. Oh. Ja die Katakomben weil die ja früher geschlossen waren werden jetzt wie es aussieht als äh das Massen-Dungeon gezeigt haben. Äh gespielt. Hallo? Was hat mich da äh. Mit unseren Wümpchen. Ja. Ja ich war ein Wümpchen. Ja ich bin ja sehr verwittert. Die ziehen mich auch immer ran und betäuben mich. Was ist mit denen denn los? Oh ich bin ein Stein. Ich glaub ihr müsst uns aus den Steinen raushauen. Der scheint nicht wegzugehen. Nö. Boah ist das eklig. Viel Agro. Ganz viel. Ganz viel. Alter heilen die sich auch wenn wir in der Suppe stehen. Ne oder? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall dass ich Schaden kriege. Ordentlich. Uuuuuh. Weil ich in der Haltung kam. Ja wenn der Heiler der Ohren betäubt ist. Ja. Ist sie voll auf Ritalin. Ja. Ja. So kurze Erholungspause ich pull wieder. Warte 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 warte. Warum pullt eigentlich unser Shadow Priest? Das weiß ich nicht. Der ist ein bisschen behindert vielleicht. Sie wollen nicht sterben sehen. Ich weiß nicht. Na ja ja das reicht. Ne ich denk mir ich mach das lieber kontrolliert bevor der Tank das unkontrolliert macht. Ich verlass mich auf meine Intuition. Was? Du meinst unkontrolliert einfach mal alles pullt? Ja. Jeder hat seine Sterne. Und du im Pull. Das ist meine. Du ziehst von alleine Hausagro vom Gesicht allein schon her. Ja. Ihr werdet noch den berühmt berüchtigten Heiler Pull kennenlernen. Diesen berühmt berüchtigten Heiler Body Pull. Ja. Glaubenssprung in die Menge. Das ist ein Glatscher und Gesichtsagro, ne? Mhm. Und da ist da noch einer. Das war der gleiche. Oh nix zum Fell abziehen. Oh nee nicht so einer. Steffens Donnerschlange nur als Wurm. Das klingt jetzt aber komisch. Ich dachte Steffi, dass du gesagt hast, er hätte einen Wurm. Du weißt doch hier, dass er zwei hat. Jo, komm mal ein Rennen. Kann der irgendwas? Bin mir nicht ganz sicher. Fällt mir meistens während des Bosskampfs ein. Ich glaube, der verschluckt einen, oder? Ne, der macht auf jeden Fall hier so bunte Dinger um einen drum. So Kreise, da muss man wohl weggehen und dann kommt dann am Ende dann Säure raus. Also wie immer aus Bodeneffekten rausgehen und möglichst viel Schaden. Ja, nur den musst du dann aus der Gruppe noch raustragen. Aber ansonsten scheint er nicht viel zu kommen. Ich glaube nicht, dass er sich den Kopf erneuern kann oder sowas. Ich bin so gut, ich kann durch Steine den Boss schlagen. Boah. Spalten, Spalten, Spalten. Mit der Plus-7-Spalt-Axt, ne? Ja. Mein Name ist los der Bluten. Atem, Zunge, lauf weg, wohin? Ja, weg. Ganz weg. Ah ja, jetzt, jetzt seh ich's. Genau, und dann musst du die dann halt ablegen. Ich denke mal, wenn der Kampf länger dauert und die Pfützen liegen bleiben. Die Nahkampf-Damage, ich muss sagen, hier durch die Steine hauen, ist total simpel. Also du kriegst ja ab und zu mal so einen Bodeneffekt, da läufst du raus, aber die Zunge kommt nie auf dich. Das ist gut, weil ich komm nämlich nicht an dich ran, wenn du da hinten stehst. Er kommt mit der Zunge nicht ran, ooooh. Da wird's aus dem Zunge, kostet wohl nix. Boah, hier laufen so ein paar kleine Mopeds rum, was ist denn mit denen? Die kann ich gar nicht angreifen. Ach doch, jetzt. Kannst angreifen, aber ich behaupte, wir müssen's nicht. Jetzt hab ich schon aus Versehen halt umgebracht. Ich hab auch einmal draufgehauen. Hat Spaß gemacht. Die waren aber auch so ziellos, als wenn die keinen Plan mehr haben. Haben das eine Auge des Wurzs geguckt? Nee, und er. Also ich bin mir nicht sicher, ob Blizzard das so geplant hat, wie ich das hier mache. Da möchtest du, um ehrlich zu sein, nichts vorstellen. Du wirst es sehen, wer's rausgepatcht wird. Ach, das ist original. Hat's euch was überhaupt geplant, sodass die zwei Tanks rumlaufen? Oh, ich bin da reingefallen in seinen Bauch. Iiiiih. Glauben wir müssen da runter, oder? Oh, der Prost hat da Haufen. Keine Sorge, diesen Berg kann nur einer looten. Außer ihr könnt den auch looten, aber ich glaube nicht. Das wird schon benutzt, eigentlich. So, ach, hier sind Verbündete. Wie auch immer, die hier hingekommen sind. Die wurden schon vor der ganzen Zeit geschluckt. Ja, wie auch immer, die hier hingekommen sind und alle anderen stehen lassen konnten. Soll ich jetzt? Soll ich? Soll ich? Ja, ist jetzt soll ich. Das wird bestimmt beim Endboss bestimmt gleich noch witzig werden. Weiß nicht. Warum läuft der auf mich zu? Hast du ja Gesichtsparko bezogen. Echt? Ich hab meinen bösen Blick aktiviert. Mein Gott, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, der Korpion macht Schaden. Ich hab noch mal mehr geholt. Ich bin ja so gemein. Lachen wir. Ich werde eure Häuser anzünden. Gibt's eigentlich Mounts, die man irgendwo in der Innie bekommen kann? Hat da jemand mal nachgeguckt? Bisher nur Erfolge oder Halt aus Raid? In irgendwelchen Kisten auch hier bei den World Quests. Gibt's auch irgendwie Mounts. In den Kisten kriegst du ja sogar Legendary drauf. Gibt's ja auch Kisten? Da kannst du, glaube ich, nur den verschollenen Greifen finden. Und zwei andere aus Kisten. Willst du ihn denn finden? Der ist doch verschollen. Und deswegen ist er ja verschollen. Und wenn er die Kiste gepackt worden ist. Das kann kein großer Greifen sein. Dann war ich meine ersten sechs Lebensjahre auch verschollen. Wir hatten ja nichts außer Kisten. Zerreißt sie! Zerreißt sie doch selber. Ich hoffe, dass ich gleich noch mal irgendein Item bekomme, dass ich heute Abend dann sehr ruhigst kann. Achso, ich dachte, damit er da vor Freude beißt schon. Nee, so sehr freu ich mich. Ich hab nicht. Yay, erstmals willkommen. Klack, 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 klack. Wollt man mir gleich schön hören. Da kriegst du aber richtig Muskelkater. Vor allem, wenn du alte Inis und so machst und dauernd Epic Loot, Epic Loot. Hast einen Bauweiterarm, der andere sieht aus dem Stahlstocher. Oh, krall. Jetzt sind für alle blind. Ja, aber aus Kampfen müssen die Leute erstmal fünf Minuten Pause machen. Fünf Minuten? Wollen wir dich erstmal die Mobgruppen drumherum machen, weil ich... Ja, ich würde sagen. Ne, mach so. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, dann machen wir das mal. Ich erleichter dir mal die Wahl. Ich spiel mal rein. Ich spiel mal rein. Ich spiel mal zuerst. Ich bin zu weit. Ich kann besser schwimmen. Hoch zu weit. So in der Lava. Wir haben keinen Tank mehr. Ich bin kein Tank. Ich war gerade bei der erste Idee. Nein, du bist jetzt auch Tank. Nein, aber halt eben drei. Mir kam es immer so vor wie drei. Das zählt nicht. Da musst du die Maske wieder anziehen. Da haben wir auch keine Ahnung mehr. Aber ich hab nur noch die Schweinemaske über. Er zieht sie wieder richtig runter. Das ist ein wahres Gesicht. Mob-Alarm. Ich seh hier fast schon wie in der Sonderschule früher. Oma, musst du auch schon einen Namen tanzen? Ne, in der Sonderschule nicht. Wir hatten da was bei früher. So, komm. Schattierb. Ha. Ich hab ihn ganz allein erlegt. Äh, hat den jemand schon mal gemacht? Ja, aber ich weiß nicht mehr, was der kann. Aber es hält mir ein, wenn wir den pullen. Soll ich? Das ist da gut. Ne, der war nicht so schlimm. Den hatten wir eigentlich so. Der ist wie ein Stein und verschwindet dann immer kurz oder nicht. Den kannst du intuitiv machen. Du siehst dann schon, was der kann. Ja, das ist ja auch. Das ist ja auch. Serverklappen. Okay, ich pull. Das ist hier ganz geheim. Müssen wir den Ad töten? Ja, ich denke, ne. Wer hier zuerst pullt, der kriegt dann Loot. Die anderen nicht. Das weiß aber noch keiner. Deswegen bekomm ich nie Loot. Ich kann ihn für den anderen auch gar nicht angreifen. Die Leute in Zukunft werden sich wundern, nach der Highlight jedes Mal den Boss-Bull. Im Raid, wenn du denkst, es geht los, oder du kannst noch essen. Ah, Ustekuchen. Neu Spruch. Der Pahler, äh, der Dudu war schuld. Ja, nicht der Hunter. Es bleibt der Hunter. Ja, äh. Ah, da kriegt aber jemand ne Packung. Bei dem ist das völlig normal. Ich kriegste in jeder... Wow. Ich kann niemanden wiederbeleben, also müsst ihr überleben. Ich heim mich mal kurz ein bisschen so selbst. Oh mein Gott, bin ich. Achso, um dir das zu erleichtern. Ich dachte, das war grad knapp. Ich muss da noch ein Gefühl für entwickeln. Ne, das ist aus dem Level so drin. Ab und zu mal ne Selbstheilung, ab und zu mal ein Schild. Ne, das ist ja okay. Aber die Selbstheilung hab ich eben das erste Mal gemacht. Ja. War noch nicht an meinen Grenzen hier. Hallo, was macht der denn da? Geh weg von mir. Ich will doch unterknuddeln. Ne, der hat mir einen zu großen Hammer, da hab ich Angst. Denk ich immer, er will mir den richtigen Hasen zeigen. Oh, das war ernst. Der kann ja auch mal gepflegt one-hitten hier. So, das waren mal eben schnell 1,5 Millionen, die ich abbekomme. Oh, GZ. Äh, das war dein Battle-Rats-Arts-Modell, oder? Ja. Lehn den mal ab, das fängt mal so. Jäh, Loot bekommen. Gut, dass ich empfohlt hab. Wer doch jetzt blut. Ah, oder, das war der End-Boss. Oh, das war der End-Boss. Hm. Ja, exzidently erfolgreich. So, dafür krieg ich jetzt als Kriegsgeschmiedetes. Oh, das war toll. Nee, meine Brust ist 5 Punkte besser. Nee, leider nicht. Hm, egal. Trotzdem ein bisschen freuen. Yeah. So, ich werde da mal offline gehen. Vielleicht sieht man den einen oder anderen Morgen. Na, sicher. Wir machen ja heute noch 12 Videos, müssen ja im Plan bleiben. Die anderen Innis und dann noch ein Raid. Ah, nee, da können wir das nächste Woche. Kriegen wir hin. Macht's gut, tschüss. Ciao. Ciao.